Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute teste ich mit euch die Tex-Mex Pommes von der Marke Prima. Man kann sie im Backofen und in der Mikrowelle machen. Ich mache sie fairerweise wieder in der Mikrowelle. Warum? Weil ich von dieser Marke letztes Mal auch die Chili Cheese Pommes aus der Mikrowelle getestet habe. Und damit wir die beide fair vergleichen können, mache ich sie heute auch wieder in der Mikrowelle. Auch wenn ich euch jetzt in Zukunft empfehlen würde, macht sie lieber im Backofen, weil die Pommes waren letztes Mal ein bisschen zu labbrig aus der Mikrowelle. Aber es geht auch darum zu testen, wie schmeckt denn der Dip in der Mikrowelle. Chili Cheese Pommes, heute Tex-Mex Pommes. Beide gibt es im Netto und bei Kaufland gelegentlich auch mal im Angebot zu kaufen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die schmecken. Die Chili Cheese Pommes waren leider nicht jedermals Sache. Ich lese auch immer das Feedback. Einige haben gesagt, oh Gott, die Soße ist mir viel zu dünn und viel zu wässrig bei den Chili Cheese Pommes. Ich fand das ganz okay, weil sie dadurch nicht so mächtig waren. Wenn man einmal umrührt, dann hat sie es auch immer sehr gut verteilt. Mir hat das vollkommen ausgereicht. Bei den Tex-Mex bin ich gespannt. Das kann bestimmt nicht so wässrig werden. Das ist ja auch eine ganz, ganz andere Konsistenz, weil es ja auch Chili ist und nicht zum größten Teil aus Käse besteht. Davon gehe ich zumindest aus. Also Tex-Mex sieht ja aus, ja, das sieht ja aus mit Chili und Garne, 43%. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Tex-Mex Pommes gleich ohne Hex-Mex in die Mikrowelle. wieder raus und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Und vielleicht, wer weiß, hat die Mikrowelle heute einen besseren Tag und die Pommes werden sogar noch knuspriger. Mal schauen! Und so sieht das Ganze im tiefgefrorenen Zustand aus. Schaut mal! Beim Chili Con Carne war ich gerade positiv überrascht, denn man hat uns auch ein wenig Käse gegönnt. Yummy! Frisch aus der Mikrowelle, ihr Lieben! Ihr seht hier die Pommes. Ich habe mich hier mit der Kabel bewaffnet. Noch ein bisschen weich. Und hier ist das Chili Con Carne mit Käse. Aber das sieht ja schon mal käsig geil aus, oder? Ich liebe das, wenn sich der Käse so zieht. Das ist für mich echt Food Porn Deluxe. Ich glaube, ich muss mal direkt einen Löffel Chili Con Carne nehmen. Und ja, ich habe gerade Löffel gesagt. So sieht beim Junk Food Guru also ein Löffel aus. Nein, es ist eine Gabel, ihr Lieben. Aber wie gesagt, ich habe keine Expertise im Besteck. Und ich probiere das jetzt einfach mal. Schaut mal, hier unten drückt sogar noch die leckere Chili Con Carne-Bohne. Mmmh! Wow! Oh Gott! OMG! Mit dem Käse! Mit dem Käse ist er so lecker, ihr Lieben! Ich hole das hier gerade mal rüber und zeige euch das mal. Boah! Das ist echt lecker! Ich finde, das soll es fast schon pur geben ohne die Pommes. Gebt uns einfach Chili Con Carne mit Käse für die Mikrowelle. Wer findet das auch geil? Schreibt das mal in die Kommentare. Einfach nur hier rechts Chili Con Carne mit ein bisschen Käse. Machen wir noch ein Stück Brot dazu im Toaster. Fertig ist das Abendessen. Lecker! Es ist ein wenig, ist wirklich gut gewürzt. Oh mein Gott! Schmeckt das lecker! Ich weiß, man soll das mit dem Pommes essen. Aber die Pommes haben mich noch nicht so motiviert, weil die so einen Tanz der... Wied ihr das? Ja! Und so ein bisschen labbrig sind. Und deswegen bin ich nicht so ein riesiger Fan davon. Aber wie gesagt, die Labbrigkeit könnt ihr euch sparen, indem ihr es im Backofen macht. Macht es im Backofen und dann bekommt ihr mit diesen Tex-Mex ein richtig geiles Ergebnis. Denn, boah, das schmeckt so lecker mit dem Käse. Das Chili ist echt geil. Ich habe gerade die Mikrowelle aufgemacht. Und sonst hätte ich schon so lecker nach Chili Con Carne gerochen. Mh... Entschuldigung. Ein bisschen geschmeckt. Dann bin ich mit Käse geklotzt. Aber es ist geil. Ich kann dem Ganzen hier echt nur 9 Punkte geben, was mir wirklich sehr, 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 sehr gut schmeckt. Wer jetzt von den Chili-Cheese-Pommes enttäuscht war, probiert mal Tex-Mex. Und wenn ihr das schon probiert habt, schreibt mal in die Kommentare, wie euch das geschmeckt hat. Würde mich echt mal interessieren. Ich finde dieses Tex-Mex echt genial. Ich dachte am Anfang so, ach, langweilig, ein bisschen Chili Con Carne über Pommes. Aber, ehrlich, mit dem Käse da drin und der Geschmack richtig geil. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüß! Tschüß! Untertitelung des ZDF, 2020